Hey, ich bin Glossow aus Berlin und ich habe mich total gefreut, dass ich in diesem Jahr Teil des Akustik-Gitar-Projekts sein darf. Eine Gitarre, eine Woche, ein Song und hier in Berlin fünf Künstler und mein Song handelt von einer Trennung, von der Hoffnung und dem Schmerz einer endenden Beziehung. Ich wollte ein paar leise Töne aus der Gitarre herauskitzeln, und ich hatte noch die Geschichte eines Freundes im Kopf herumschwimmen. Ja, und der Song heißt Ihr Lang.